So, wir sind die Aschis, wir sind wieder zurück. Und ja, heute haben wir mal ein etwas anderes Video für euch. Wir haben ja im letzten Video schon angedeutet, dass wir unseren Kanal ein bisschen umstellen wollen. Und ja. Dafür haben wir jetzt einen Special Guest reingeholt. Wir haben ein paar Sachen aufgenommen. Und zwar kennt ihr sie vielleicht von Instagram oder von Musical.ly wahrscheinlich eher. Ich würde mal sagen, kommt einfach zu uns rein, Cosima, oder? Dafür ist es. Hallo. Und ja, wir haben ein... Ist sie das? Kann das sein? Ist sie das? Ist sie das? Ist das wie? Bevor das Video losgeht, folgt einfach allem auf Instagram. Jetzt schon mal einen reingucken. Cosima CSM oder unterstrich? Unterschrift. Unterschrift CSM, du heißt sie überall. Das nicht weiß. Bis auf Snapchat, da heißt sie Cosima 90, ne? Wow, du weißt das nicht. Hey, guck mal, ich bin ein heidlicher Fan. Ich bin so ein Fan, so ich stehe jetzt mal wie ein Tablet auf der Tür. Hier ist es mal in der Klasse, du machst mal Bilder von mir, ne? Genau, um mal, ey, lass mal mal zu sehen, man. Naja. Und wir haben jetzt heute ein Video gedreht. Und zwar haben wir Jungs, was ist Mädchen? Ja, guck mal, da sieht man es schon wieder vergleichen. Mädchen ist auch dringend, ich rede dazwischen. Und die Jungs wollen einfach nur mal ihre Anmoderation machen. Okay, nice. Let's go. Jo. So, Friedericke, deine Klausur. Danke, Herr Lehrer. Oh, Friedericke. Ne 1 minus ist auch ne 1. Boah, Digga. Junge. Eine Note besser wie letztes Mal. Ja, Mann, ne 4, Digga. Alter. Tschüss, Digga, drauf, gehen wir heute ein Trinken. Ich schwöre, ein Bier und dann... Trinke ich. Alter, wie geil ist das denn? Ey, ich freue mich so hart, ne? Es ist so geil. Ey, ich glaube, sie freut sich darüber. Hey, alles Gute. Hey. Dankeschön. Oh mein Gott, wie süß. Dankeschön. Ja, Bruder. Oh, du hast dir so viel Mühe gegeben. Oh, danke. Gerne doch. Jo, alles Gute. Oh, danke, Bruder, Mann. Endlich, Digga, endlich. Oh, fett, Digga. Kinderriegel 10 Euro, Mann. Da kann ich mir dann noch 3 Packungen mehr kaufen, ey. Korrekt, Mann. Ja, guck mal her. Echt das Geilste, Bruder in der Welt, Mann. Geil. Ja, guck mal her. 6 1,5 Stunden später Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt ihn bescrit euch. Das ist ein Konto. Ja, guck mal her. Ich hoffe, ihr habt ihn zu gut. Nein, er darf nicht sterben. Jetzt stirb doch endlich mal, ganz ehrlich. Nein, jetzt... Entspann dich mal, ganz ehrlich. Das ist so... Ey, Mann, guck mal, da fällt doch dann nur fast die Krippe runter. Soll sie ihn doch runterschubsen, Mann. Er war doch eh eine scheiß Person. Boah, ey, affig. Das ist gar nicht lustig. Könnt ihr das auch mal... Schei... Really, Nigga? Oh, können wir jetzt endlich los? Ja, ich komm ja. Ey, was hast du denn alles dabei, willst du uns? Ziehen? Hä, wieso? Drei Tage. Ja, drei Tage. Hä, was ist denn dein Gepäck? Ja, hier drin. Verarscht, ich muss dein Gepäck? Ja, hier drin. Und Unterhosen, Socken. Ja, so muss ich meine Handtasche. Ja, exakt, würde ich auch reintassen. Hä, wo ist denn dein Gepäck? Mach jetzt keinen Fee, jetzt bin ich sowieso schon zu spät. Welche, das kann ich euch anwarten? Ja, will ich. Reicht. Das ist mir auch egal. So, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Guckt auf jeden Fall mal bei der Cosima vorbei. Die hat das selbe Video noch mal aufgenommen. Und, ja. Ich würde sagen, noch mal einen kleinen Blick in die Outtakes. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Jetzt hier in den drei Stunden haben wir es durchgeprügelt. War richtig witzig. Und lasst, wie gesagt, schon ein Like noch oben da. Abonnieren auch bei Cosima. Like noch oben! Ja, von mir aus. Ein Daumen. Say what? Ähm, abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Mit Cosima zusammen. Schreibt auch mal Videoideen. Genau, auch noch mal. Ja. Und dann sehen wir uns. Ich sparsere immer auf. So viel, der Klee. Warte, ich hab die Brille noch nie aufgaben. So viel, der Klee. Deine Klausur. Das ist keine Ei! Was war das denn? So viel, der Klee, der Klee, der Klee, der Klee. So viel, der Klee, der Klee, der Klee, der Klee. Leute, das wird jetzt gut werden. Das ist super. Nein, das ist scheiße. Dann kannst du mal noch ein Dritt.